ARD Text im Auftrag von Funk fail man steht direkt ein skelett vor mir direkt nachdem ich die auswählen kann jetzt muss ich aber noch den weg zurück finden dann das wird lustig ein bisschen dicht aber auch mal gucken wie weit mein bambus gewachsen ist der müsste bestimmt schon so hoch sein wie es geht ich werde nur wieder zombies es wird schon wieder nacht ach man wollt ihr mich eigentlich verarschen Moment mal warum war das durch die Fakir war schon so ausgeleuchtet lol buggy geh weg geh weg geh weg also langsam muss ich doch mal oben rauskommen ich bin bei 59 hallo ich werde ich gerade mich gerade genau in einem berg gerade hoch meine spitzhacke versagt so langsam haben ja noch genug ich dachte da drüber geht es jetzt genau nach oben aber nein ich muss hier ernsthaft eine workbench in diesem kleinen kasten machen echt lustig so zack zack und eine spitzhacke so und weiter nach oben also langsam muss ich echt mal draußen sein nach oben ja ich sage ich bin halb im berg hoch gekommen so hallo körper keiner mag dich ich muss noch so rückweg finden ja das ist die falsche Richtung äh ich muss in die Richtung irgendwo scheiße ja das habe ich an dem z-wert gemerkt bei vorher war ich bei irgendwie 2200 das weiß ich noch äh hoch hier vielleicht finde ich jetzt durch Zufall meine minecartbahn kann ich mich ja an der entlang suchen wenn dem so ist geh weg oh geht alle weg geht alle weg ich hoffe ich ja ich gehe in die richtige Richtung ähm scheiße können creeper auch im dreieck springen ich hoffe nicht ach ach so so meine minecartbahn ich hab sie gefunden die Final meine versuche die in die die Den Endermen möchte ich aber auch noch töten. Ach du Scheiße! Endermen, 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 Ender. Boah! Aber das finde ich ja noch leicht. Das finde ich ja zum Glück noch leicht. In der Nähe von meiner Minecart-Bahn. Ich weiß nur nicht, bei welchem X fertig war. Ich weiß nur, dass ich in der Nähe von meiner Minecart-Bahn war. Ich war noch nicht im Schneegebiet, oder? Oh Mann. Ich würde fast sagen, da hinten irgendwo. Das kommt nämlich hin. So viele Fails in den letzten Parts, das geht gar nicht. Das sieht schon ziemlich danach aus, als wäre das hier gewesen. Muss hier irgendwo mal sein. Ah. Also wenn die weg sind, die Items, dann, dann, dann gibt's Prügel. Alles nur, weil ich den Endermen töten wollte. Ich wusste nicht mal, dass der so viel Schaden macht. Das muss hier in der Nähe sein. Hier im Umkreis muss das irgendwo sein. Sag ich doch. Helm aufsetzen. So. So, alles nehmen. Zack. Stirb. So, habe ich alles Wichtige? Das, 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 ja. So. Was soll man da noch liegen? Ah, es sind nur Pfeile stecken. Passt das? Ich habe ja das Bambus aufgesammelt. Irgendwas fehlt da eigentlich. Die Schallplatten habe ich. Ach, nur Zombie-Fleisch. Äh. Nehmen wir trotzdem einfach mal mit. Ist ja gut für unseren Hund. Für Indiana. Und der müsste schon längst verhungert sein, glaube ich. So. Trotz der beiden Fails, dass ich mich aus der Lava retten musste und nachgucken musste, wo ich ungefähr war, war das doch sehr ergiebig. Und zack. Hier müsste ich sicher sein. Außer Verändern vielleicht, wenn ich ihn angeguckt habe. Aber sonst... Und seit wann sind die HP immer so langsam mit ansteigen? Vielleicht liegt das am normalen. Ich weiß es nicht. Weil vorher war das doch auch nicht so. Achso. Das kann mich natürlich auch noch angreifen. Auch wenn er es mit aller Wahrscheinlichkeit nicht trifft. Ich bin gleich da. Oh, fuu. Yay. Aua. Schlimm, schlimm. Und als nächstes geht es ins Nether. Hahaha. Ja, bereitet euch schon mal auf viele Netherfails vor. Ich brauche nämlich Play Swats und so ein Zeug. Ach, mein Bambus wollte ich nachgucken. Das eine kann nicht wachsen, hat Thomas gesagt. Oh ja, wegen der Fackel. Stimmt. Aber es ist fast gar nicht gewachsen in der kurzen Zeit. Äh, kurzen Zeit. Langen Zeit. Das waren fast vier Parts. Hallo? Oder sowas. Oder mehr. Mehr sogar. Ich kann nicht mehr zählen. Mei. Schau noch, wie war voll viele Parts. Und so. Öh. So. Wo haben wir den restlichen? Ey, so viel hätte ich gar nicht mehr gebraucht. Lololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol wir schon wieder ein paar disc können bisschen musik ja machen naja ich habe ja genug aber erstmal sollte ich wollte einen einräumen zack zack eisen wollte ich ein bisschen brennen dafür brauche ich nur acht so das andere machen wir nur drei das andere wäre verschwendung so jetzt auch gleich aufteilen können aber nein da könnten wir noch gut dann packen wir noch mal zwei mehr rein und die 16 dazu und nun craften wir uns die rüstung also ein schwert ein wustpanzer ein helm eine hose und die schuhe und dann können wir uns auch noch eine jukebox basteln war das so schön die zwei fehlen braucht kein mensch wenn man so viel hat hier schon das bisschen mehr ordnung denn hier die rüstung hier ein schon 7 ender pearls wo ich muss mir auf jeden fall eine kiste aufmachen für sie in vorbereitung mal so die 18 diamanten eine noch so viel ausmachen ich brauche auf jeden fall noch ein paar tausend feile so ungefähr was wollte ich machen die jukebox die stellen wir einfach mal stellen wir ihnen hin stellen wir die in die ecke und wir machen mal als er voll leise aber man hat was ich brauche ich brauche mal alles rein was ich hier habe so ich brauche eine neue kiste so können wir das noch einordnen hier ich mache mir ich brauche ich den holz da eine neue kiste ich mag die musik ich hätte eigentlich mal die hintergrundmusik ausmachen sollen aber ich wollte euch ja nur zeigen die kleine kiste soll nur für abenteuerverwaltung sein also nehmen wir mal das alles hier das brauchen wir da auch das brauchen wir auch das ganze essen auch so das brauche ich hier alles ach habe ich überhaupt so ein dings mitgenommen aha ich muss mir ja noch einfach einen braustand drin bauen machen wir es mal hier und kippen das wasser da rein ich finde das ist cool man könnte einfach eine endlose quelle und daraus das wasser schöpfen aber so hat es irgendwie mehr style aber jetzt brauche ich erstmal blaze rods dann dann fangen wir mal den scheiß hier rein woher brauche ich ja auch nicht im besser ach da haben wir noch ein paar mehr habe ich gar nicht gesehen so das ist im grunde das einzige was ich brauche und ein bisschen nahrung nehmen wir die nutzlosen melonen mit und also obwohl eigentlich sind die perfekt zwei bücherregale oder was ich da machen kann ich brauche erstmal wieder holz okay dann lassen wir das gut ich denke dann geht es beim nächsten mal weiter und dann bauen wir die schnell bücherregale noch und dann geht es ins nether und dann abwarten euch da bestimmt tausende für den feld also bis dahin ich bin mein name kentia jones